Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS2 Video hier auf Alphalogistik. Heute stehen wir mit einem DAF XF der neuesten Generation auf einem kleinen Rastplatz in Österreich und werden nach Stuttgart fahren. Und zwar werden wir genauer gesagt, wenn ich alles richtig gemacht habe, bei der Auftragsauswahl die Baustelle von Stuttgart 21 mal besuchen. Weil mir ist neulich mal durch den Kopf gegangen, dass Stuttgart 21, also die Baustelle von diesem riesigen Bahnhof, den die DAF schon seit Ewigkeiten in Stuttgart bauen, die ist ja im Spiel und wir sind da aber irgendwie noch nie hingefahren. Also ich bin schon, ich weiß gar nicht wie oft wir in Videos schon nach Stuttgart gefahren sind seit dem Rebuild, aber ich weiß definitiv, dass wir uns die Baustelle mal damals angeguckt haben, als das Rebuild rausgekommen ist. Ich weiß, ich habe da gerade jemanden geschnitten und danach irgendwie nie wieder. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, cool, fahren wir das mal. Und ich weiß, ihr habt euch teilweise Renomagnum und teilweise auch einen älteren Iveco gewünscht, das kommt auch beides noch in den nächsten Videos. Aber ich habe mir gedacht, wir bauen mal zwischendurch wieder was Moderneres ein. Und das ist dann eben hier dieser DAF XF von Jesper, heißt er. Link zu dem Truck ist natürlich unten drin. Der hat noch so ein paar Sachen, die ich ein bisschen komisch finde. Zum einen hat er keine richtigen Kennzeichen, also der hat so zwei Vorgefertigte. Das ist das Französische, es gibt noch ein Deutsches. Das Deutsche sieht katastrophal aus, deswegen konnte ich das nicht nehmen. Und dann gibt es irgendwie noch so Custom Plates, die man sich selbst texturieren kann. Aber man hat hier leider keine Möglichkeit, das Standard-SCS oder World of Trucks zu machen. Und was ich jetzt aber gerade erst gesehen habe, wir haben hier gar keine Anzeige für Tempolimit. Also wenn ich da jetzt mal im Navi gucke, oben rechts, da sieht man so ein bisschen, je nachdem wie die Routenführung ist, einen Schatten davon. Aber so wirklich angezeigt wird hier das Tempolimit sonst nirgends. Also ich denke mal, das ist ein Bug. Das wird ein Bug sein. Aber das ist so das, was mir eben gerade aufgefallen ist. Ansonsten hatte ich tatsächlich relativ viel Spaß, den zu konfigurieren. Der Innenraum kommt jetzt für euch in dem Video wahrscheinlich ein bisschen dunkel rüber. Ich habe extra schon die Oberfläche vom Armaturenbrett hier so ein bisschen beige gemacht, damit man wenigstens irgendwas sieht. Eigentlich wollte ich den komplett in schwarz fahren. Das hätte ich cool gefunden. Aber gut, dann hättet ihr im Video wieder nichts davon gesehen. Das wäre wieder auch doof gewesen. Deswegen haben wir das Ding halt jetzt mit so ein bisschen beigen Akzenten. Ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe im letzten Video nämlich immer wieder darüber hergezogen, dass ich, wie sehr ich doch beige und Wurzelholz und Trucks liebe. Gut, dann muss ich die Aussage gleich wieder wieder rufen. Ich finde nämlich in den DAF passt es nicht so gut. Aber gut, wir fahren auf jeden Fall heute mal Richtung Stuttgart. Ich gucke nebenbei auch mal in den SCS-Blog, weil ich habe ja im letzten Video so ein bisschen drüber gequatscht, was es in der Zeit so für News von SCS gab. Und vielleicht habe ich ja irgendwas überlesen. Ich nehme das Video hier übrigens auf, was ist denn heute eigentlich schon wieder? Im September auf jeden Fall, den 19. September. Ja, natürlich habe ich was vergessen. Also abgesehen davon, dass wir News zu Arkansas und Kansas hatten und den Gameplay-Stream zu dem Westbalkan-DLC. Wir haben natürlich auch neue Screenshots zu dem Westbalkan-DLC gesehen. Da ging es so ein bisschen um die Water-Bodies, haben sie es genannt. Also Flüsse und Seen und sowas alles. Fand ich sehr schön zu sehen. Die Screenshots haben mich persönlich auch abgeholt. Fand ich, ja, fand ich hübsch. Und die Vorfreude, die wird halt langsam, also die kommt noch zu bändigen eigentlich. Das ist krass. Krass, krass. Und ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, ich hoffe es dauert nicht mehr allzu lange. Seit ich mir den DAF von Jesper hier das letzte Mal angeguckt hatte, hat sich hier glaube ich auch einiges getan. Also ich bin der Meinung, man hat außen so ein paar mehr Optionen. Auch Angles Mod-Sticker und sowas. Und alles in schwarz, hochgerns lackiert hier. Was nicht in Wagenfarbe ist. Bis auf die Aero hier unten in der Stoßstange fällt mir gerade auf. Und auch im Innenraum kann man sehr viel machen, sehr viel konfigurieren. Und vor allem gibt es jetzt mittlerweile auch ein XF. Das letzte Mal, als ich den gefahren bin, auch mit Video glaube ich, ist schon eine Weile her, da waren wir glaube ich auf der CBMap unterwegs oder sowas, da gab es den XF noch nicht. Da gab es den, oh, Lenkrad gerade halten. Da gab es den neuen DAF von Jesper quasi nur als XG und als XG+, aber weiter nichts. Ich habe auch gesehen, der Truck hier wird, jetzt hätte ich was gesagt verkauft, aber den könnt ihr downloaden auf seiner, es ist so eine Art Gumroad-Seite, aber es ist wie bei diesem Truck-Mods, den es für eine ATS schon mal gab. Ihr müsst den Truck jetzt nicht wirklich kaufen, ihr könnt auch einfach eingeben, 0 Euro und dann könnt ihr den runterladen. Ihr könnt aber auch sagen, wenn ihr ihm jetzt ein kleines, ja irgendwas Trinkgeldmäßiges geben wollt, so als Dankeschön für die Arbeit, dann könnt ihr da auch einfach mal 50 Cent, 1 Euro oder sogar mehr, je nachdem wie viel er euch wert ist, reinschreiben und dann habt ihr dem quasi noch so ein kleines Trinkgeld gegeben. Aber grundsätzlich ist das kein Paymod. In seinem Shop gibt es aber auch einen Paymod. Ich glaube irgendein Trailer für einen ATS ist das. Ich habe mich aber jetzt nicht weiter damit beschäftigt. Innenraum finde ich relativ cool, diese schwarz glänzende Oberfläche, wo das Navi und die ganzen Schalter eingefasst sind, die weiß ich noch nicht. Aber ich finde vor allem das Lenkrad sieht sehr, sehr schön aus, von den Ledertexturen und sowas auch, das sieht richtig gut gemacht aus. Ich habe jetzt auch nicht mal den normalen DAF von SCS vor Augen, ob das da wirklich anders ist oder ob das da auch einfach mittlerweile genauso gut ist, weil SCS hat sich ja, was die Trucks angeht, auch wirklich extrem gesteigert, muss man ja dazu sagen. So, jetzt geht es hier erstmal an dem Autobahnkreuz geradeaus. Ich fahre jetzt einfach mal meine 80 weiter, ich meine, wir sind auf einer deutschen Autobahn, was sollen wir hier sonst fahren, wenn nicht 80? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass hier irgendein anderes Tempolimit vorherrscht. Relativ großes Autobahnkreuz sogar, ne? A96, auf welcher Autobahn sind wir denn? Also das, die wir gerade gekreuzt haben quasi, das war die A96, habe ich im Navi gesehen. Aber auf welcher Autobahn sind wir denn? Wobei, wenn wir Richtung Stuttgart fahren... Boah, mein Kenntnis vom deutschen Autobahnnetz, ich wollte gerade sagen, das war mal besser, aber ne, das war immer bescheiden. Müssen wir gleich mal gucken, wo es hier hingeht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt... Ah, auf die A7, okay. Das macht, glaube ich, Sinn. Ich glaube, das ist realistisch. Wir machen auf jeden Fall noch einen Screenshot. Ich werde zwar wahrscheinlich einen Thumbnail in der Stuttgart 21 Baustelle machen, aber so ein paar mehr Screenshots sind ja nie verkehrt. Vor allem, weil ich die ja dann das ein oder andere Mal schon mal auch auf meiner Instagram-Seite poste. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Alpha-Logistik. Da poste ich mittlerweile eigentlich jeden Tag, ne? Ja, jetzt schon jeden Tag neue Bilder von Trucks aus ETS2 und ATS. Ab und zu auch mal was aus Forza, aber das ist relativ selten. Und in der Story gibt es dann ab und zu auch mal so Truck-Contests, wo ihr mir eure Trucks schicken könnt. Und dann werdet ihr in der Story verlinkt. Und dann tretet ihr quasi in einem Turnier gegen andere User an und sowas. Das ist ganz cool. Schaut gerne mal vorbei. Wenn ich dran denke, dann ist der Link zur Instagram-Seite unten drin. Ansonsten Alpha-Logistik oder in der Kanal-Info müsste er, glaube ich, verlinkt sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Der ist tatsächlich auch älter als der YouTube-Kanal hier, mein Instagram-Account. Da habe ich angefangen, so Truck-Bilder aus ETS2 und ATS und so zu posten. Irgendwann habe ich mir gedacht, Videos dazu wären doch ganz cool. Und so ist der ganze Krempel hier im Endeffekt entstanden. Irgendwie fühle ich mich so langsam, wenn ich hier mit 80 kmh über die Autobahn rolle. Aber man muss halt auch dazu sagen, das letzte Video war ein Mercedes-Aktros MP2, wo wir in Estland auf Landstraßen unterwegs waren, auf denen wir schneller fahren durften als hier in Deutschland auf der Autobahn. Das haben wir ja auch zum Teil gemacht. Und deswegen muss ich mich vielleicht erstmal wieder so ein bisschen an die deutsche Autobahn gewöhnen. Wir fahren übrigens eine Radlader, Bagger, was auch immer Schaufel von einem Volvo durch die Gegend. Aus diesem Volvo Cargo Pack, was es auf Steam gibt von SCS. Passt halt. Ich meine, wenn wir die Stuttgart 21-Baustelle beliefern, dann passt das ja. Es wäre jetzt natürlich ein riesengroßer Fail, wenn wir da gleich ankommen und dann sehen, oh scheiße, ist doch nicht Stuttgart 21. So, fahren wir hier einmal raus Richtung Karlsruhe und Stuttgart. Geben dem nochmal ein bisschen mehr Drehzahl. Und dann funktioniert das hier doch alles ganz gut. Dann machen wir nochmal wieder rein. Ich muss auch mal gucken, weil die letzten Videos waren ja alle Videos zur neuen ProMods-Version. Was da so an Updates und Neuerungen kam. Ob ich da vielleicht irgendwas Großes noch offen habe, noch verpasst habe. Weil dann würden wir das im nächsten Video abfahren. Und ich denke mal, dann ist es auch gar nicht mal mehr so weit bis zum Balkan-DLC. Krass. Wir haben wirklich extrem lange gewaltt. Also ich meine, im Endeffekt fast zweieinhalb Jahre oder ziemlich genau. Im Oktober werden es zweieinhalb Jahre sind seit Iberia vergangen. Was schon eine echt lange Zeit ohne ETS2-Map-DLC ist. Ich glaube, das ist die längste Zeit ohne ETS2-Map-DLC bisher. Und es wird auf jeden Fall wieder Zeit. Die Community hat da Bock drauf. Ich habe da Bock drauf. Und ich glaube, SCS hat da auch Bock drauf. Deswegen gucken wir mal, wie es wird. Ich würde auch gerne über was anderes mit euch quatschen. Aber die Vorfreude ist momentan einfach da. Und das, obwohl ich mir nicht mal Gameplay dazu angeguckt habe. Ich glaube, wenn ich mir das Gameplay dazu jetzt noch komplett angucken würde. Und nicht nur so ein paar Frames. Dann wäre ich ja völlig gehypt. Gibt es noch irgendwelche Gesprächsthemen? GTA 5 ist zehn Jahre alt geworden. Und Rockstar Games hat nichts gemacht. Also, als der ETS2 zehn Jahre alt geworden ist, gab es von SCS wenigstens ein World of Trucks Event. Rockstar hat irgendwie gar nichts gemacht. Außer, ich glaube, drei Outfits oder sowas gibt es jetzt neu für den Multiplayer. Also für Online. Und das war's. Muss man auch nicht verstehen. Irgendwie haben die Leute... Ich habe schon geahnt, dass es nix wird. Die Leute haben sich... Also waren voll gehypt auf eine GTA 5 Ankündigung. Äh, GTA 6 Ankündigung. Ich war auch mal... Irgendwann gab es wirklich relativ eindeutige Zeichen dafür, dass GTA 6 bald angekündigt wird. Da habe ich mich richtig hyped und habe mir gedacht, ja, man, GTA 6 wird angekündigt. Und dann kam es aber nicht, offensichtlich. Und seitdem geht mir GTA 6 eigentlich so ziemlich am Arsch dabei. Und vor allem auch, weil ich nochmal drüber nachgedacht habe, Wie cool waren denn GTA... Also die Originale von GTA San Andreas und Vice City und GTA 4 und auch GTA 3 noch, wenn ihr wollt. Und der Story-Modus von GTA 5 war ja auch wirklich gut. Keine Frage. Und wohin hat sich das entwickelt? Mit Rockstars... Fokus auf Online und Shark Cards und so. Und ist das überhaupt was, worauf man sich freuen sollte? Und da denke ich mir, nee. Nee, also wirklich nicht. Habe ich mittlerweile gar nicht mal mehr so viel Bock drauf auf die ganze Geschichte. Aber gut, das muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Wir sind jetzt auf jeden Fall von der Autobahn runtergefahren. Wir sind jetzt auf einer Bundesstraße und fahren, glaube ich, auch schon so langsam nach Stuttgart rein. Zumindest erscheint es da hinten am Horizont schon im Navi. Rechts geht es, glaube ich, nochmal in so ein bisschen ausgekoppeltes Industriegebiet aus der Stadt. Und wenn wir dann jetzt einmal geradeaus fahren, müssten wir auch schon so gut wie da sein. Und irgendwann, da muss ich gleich so ein bisschen aufpassen, vielleicht auch mal auf die Schilder achten ausnahmsweise. Weil irgendwann gleich kommen wir an eine Stelle, da dürfen wir auf jeden Fall nur 60 fahren. Oder sogar 50. Auf dem Schild da steht zwar noch 80, aber ich traue dem Braten nicht so ganz. Ich weiß nämlich, dass ich hier im ETS schon öfter bösartig geblitzt worden bin. Ja genau, für LKW ist es hier ab diesem Punkt 60. Und dann schleichen wir hier mit 60 auf dieser baulich getrennten Bundesstraße entlang. Seht ihr? Das passiert, wenn die Grünen in der Landesregierung... Ne, ist ja auch egal. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt hier in den Entspannten. Aber das ist eine sehr, sehr, ja... Ja, lebensfrohe Auffahrt. Auf jeden Fall mit so einem langen Bestellungsstreifen, das ist schon... Und dann sind wir tatsächlich auch gleich schon am Ziel. Kurz hinter diesem Tunnel hier werden wir es schon sehen können. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Leck? Das ist ja geisteskrank. Das ist ja ein Nachladeruckler im OMSI-Format fast schon. So, hier haben wir auf jeden Fall auch diese verkürzte Ausfahrt von der Bundesstraße runter. Das ist noch nicht die Einfahrt in die eigentliche Baustelle. Hier wird quasi nur die Abfahrt von der Bundesstraße runter so ein bisschen um die Baustelle drum herum geleitet. Was ich auch sehr, sehr cool finde, dass SCS das umgesetzt hat. Ob das jetzt realistisch ist, ob das in Stuttgart wirklich so ist, müsst ihr mir sagen. Aber ich finde, oh, da flackert was durch meinen Real-Company-Mod. Stellen wir uns doch mal mit dem Spiegel, beziehungsweise mit den Mirror-Camps so ein bisschen davor, dass wir das Elend nicht ganz so sehen müssen. Und dann müssen wir hier quasi nur noch einmal rechts um die Ecke fahren und sind schon da. Ampel ist grün, okay, müssen wir aufpassen. Links ist keiner mehr. Dann nehmen wir uns nämlich auch so ein bisschen mehr Platz. Huch. Und hier gibt es, glaube ich, auch noch eine versteckte Straße irgendwo. Das testen wir gerade mal. Ja, genau, neue Passagekarte aktualisiert. Das ist quasi der aktuelle Hauptbahnhof von Stuttgart. Geht es jetzt hier nach rechts? Genau, jetzt geht es hier nach rechts. Und dann kannst du hier quasi hintenrum nochmal über diese sehr interessante Brücke auf die Baustelle reinfahren. Das ist halt nochmal so ein bisschen anderen Weg. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht ein cooles Thumbnail mit Baustelle drauf zustande kriegen. Das wäre natürlich ganz geil. Schauen wir mal. Ja, es ist halt ein bisschen dunkel. Es ist halt ein bisschen dunkel. Das ist ein bisschen doof. Aber vielleicht können wir ja... Wir haben ja Gott sei Dank dieses Feature im Fotomodus mittlerweile, dass wir da so ein bisschen rumspielen können. Ich hätte aber tatsächlich gerne mehr von der Baustelle drauf. Ja, wir fahren erstmal runter. Vielleicht kriegen wir nochmal irgendeine Gelegenheit, ein cooleres Thumbnail zu machen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal gucken, wo genau wir hin... Ah, wir müssen hier einen interessanten Kurvenwinkel fahren. Okay. Ich probiere es doch nochmal mit dem Thumbnail. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Ja, mal gucken. Irgendwas cooles wird schon dabei sein. Will ich mich jetzt auch nicht weiter mit aufhalten. Jetzt hat das Automatikgetriebe natürlich den Gang rausgeworfen. Okay. Und dann gucken wir mal, wo wir hier abladen können. Wir machen es uns mal leicht. Aber wir müssen erstmal gucken, ob und wie... Boah, da steht irgendwas. Wie überhaupt unseren Trailer da hinten... Ja, irgendwie geht es schon. Wahrscheinlich sind wir geisteskrank aufgesetzt. Und der Trailer muss jetzt komplett neu. Aber irgendwie sind wir da schon rumgekommen. Dann müssen wir hier noch einmal... Ich hatte die auch gar nicht mehr so komplex in Erinnerung, die Baustelle hier. Aber ist ja umso cooler. Dass du hier quasi so richtig in die Tiefe reinfährst. Fahren wir hier rückwärts einmal ran. Und dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.